Hallo, liebe Deutsch-Lernende! Ich bin gerade in der wunderschönen Altstadt von Tallinn. Tallinn ist die... Hier ist auch ein bisschen was los, ne? Tallinn ist die Hauptstadt von Estland und ich mache gerade einen Kurztrip nach Estland. Wenn du dieses Video siehst, dann werde ich schon zurück in Berlin sein. Und zwar habe ich diesen Trip gemacht, um eine estländische Firma zu gründen. Authentic German Learning wird jetzt eine estländische Firma, weil das für mich sehr praktisch ist, während ich um die Welt reise. Und Estland hat wenig Bürokratie, wenig Steuern und so. Und ich habe sehr viele Möglichkeiten hier, die ich in Deutschland nicht habe. Also gründe ich jetzt eine estländische Firma, beziehungsweise ich habe sie jetzt gegründet. Und jetzt schaue ich mir noch ein bisschen Tallinn an. Und wir sehen uns später. Tschüss!